Die duale Ausbildung ist ein System der Berufsausbildung. Die Ausbildung im dualen System erfolgt an zwei Lernorten, dem Betrieb und der Berufsschule. Die Person in der dualen Ausbildung wird als Azubi oder als Lehrling bezeichnet. Voraussetzung für eine Berufsausbildung im dualen System ist in Deutschland ein Berufsausbildungsvertrag und in Österreich, der Schweiz und Südtirol ein Lehrvertrag mit einem Betrieb. Die folglich zu Besuch in der Berufsschule ist abhängig vom Ort bzw. von der regionalen Zugehörigkeit des Betriebes. Der praktische Teil der Ausbildung wird den Auszubildenden in den Betrieben vermittelt, den theoretischen Teil übernimmt die Berufsschule. Darüber hinaus ist es vielerorts an Berufsschulen auch möglich Zusatzqualifikationen zu erwerben. Bei Besuch einer berufsbildenden Schule ist die duale Ausbildung durch den allgemeinbildend-theoretischen Unterricht und den praktischen Werkstattunterricht sichergestellt. Betriebliche Ausbildung Grundlage für die betriebliche Ausbildung ist die jeweilige Ausbildungsordnung des Berufes. Ausbildungsschwerpunkte nach 1 und 14 B.B.G. sind Vermittlung von fachlichen Fähigkeiten, Kenntnissen und Fertigkeiten, die sogenannte berufliche Handlungsfähigkeit. Dieses ergibt sich inhaltlich aus der Ausbildungsordnung für jeden Beruf, ermöglichen erster Berufserfahrung, charakterliche Förderung, Vermeidung von Gefährdungen. Die Ausbildung in den Betrieben findet an drei bis vier Tagen statt, an ein bis zwei Tagen werden Berufsschultage angeboten. Alternativ wird auch sogenannter Blockunterricht durchgeführt. Das bedeutet, dass der Auszubildende bzw. Lehrling für bis zu acht Wochen am Stück vollständig nur in der Schule ist. Sie wird oft ergänzt durch die überbetriebliche Ausbildung, die in eigenen Werkstätten der Handwerksinnungen und Kammern stattfindet. Diese überbetrieblichen Lehrgänge sollen die Ausbildungsdefizite, die durch die Spezialisierung vieler Betriebe entstanden sind, ausgleichen. Die Dauer solcher Lehrgänge kann drei bis vier Wochen betragen. Einige Lehrgänge sind je nach Ausbildungsberuf in der jeweiligen Ausbildungsordnung vorgeschrieben, andere sind freiwillig. In Österreich wird die theoretische Ausbildung einen Tag wie in Wien oder geblockt bis zu zwei Monate im Jahr in Berufsschulen durchgeführt. Schulische Ausbildung Die Ausbildung in der Berufsschule unterliegt den Schulaufsichtsbehörden der Bundesländer bzw. Kantone und den jeweils geltenden Lehrplänen, die wiederum auf dem Rahmenlehrplan basieren. Die Rahmenlehrpläne sind nicht bundeseinheitlich im Gegensatz zu den Ausbildungsordnungen und den darin enthaltenen Ausbildungsrahmenplänen. Rahmenlehrpläne werden von der übergeordneten KMK freigegeben, jedoch besteht das grundlegende Recht, dass die jeweiligen Bundesländer die Rahmenlehrpläne noch individuell auf die gegebenen Umstände anpassen können. Deshalb ist es für eine gute Abstimmung zwischen Berufsschule und betrieblicher Ausbildung wichtig, den jeweiligen Rahmenlehrplan des Bundeslandes respektive der entsprechenden Berufsschule anzufordern. Generelle Aufgabenschwerpunkte der Berufsschulen sind die Vermittlung von theoretischen Fachkenntnissen, die Vertiefung der Allgemeinbildung und die Verleihung von Laufbahnberechtigungen. Neben der normalen Berufsschulpflicht erfüllen die Berufsschulen auch weitere Aufgaben. Berufsgrundschuljahre, Berufsfachschule, Fachhochschulreife, Oberschulreife Der Besuch der Berufsschule umfasst in der Regel zwölf Unterrichtsstunden, was zwei Schultagen entspräche. Da jedoch im Allgemeinen nicht der volle Unterricht erteilt werden kann, beschränkt sich der Unterricht oft auf acht Stunden, die an einem oder zwei Tagen unterrichtet werden. Die Ausbildung in der Berufsschule umfasst einen fachtheoretischen und einen allgemeinen Teil. Zum allgemeinen Teil gehören in allen Berufen die Fächer Deutsch, Politik, Sport und vereinzelt auch Religion. Der Berufsschulunterricht wird entweder in Teilzeitform oder in Blockform organisiert. Berufe mit nur wenigen Ausbildungsverhältnissen werden in Landes- oder Bundesfachklassen zusammengefasst. Prüfungen Während der Berufsausbildung ist eine Zwischenprüfung abzulegen, die den Erfolg der bisherigen Ausbildung aufzeigen soll. Diese findet in etwa in der Mitte der Ausbildung statt. Am Ende der Ausbildung steht die Abschlussprüfung, in der die zu Prüfenden ihre berufliche Handlungskompetenz nachweisen müssen. Im Handwerk heißt die Abschlussprüfung traditionell Gesellenprüfung. Die Prüfungen sind von den zuständigen Stellen in der gewerblichen Wirtschaft z.B. von den Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern zu organisieren. Abgenommen werden sie von den durch die Kammern eingesetzten Prüfungsausschüssen. Die Anmeldung zu den Prüfungen erfolgt entsprechend der jeweils geltenden Prüfungsordnung entweder durch den Ausbildungsbetrieb oder durch den Auszubildenden selbst. Die für die Anmeldung erforderlichen Unterlagen sind ebenfalls je nach Prüfungsordnung verschieden, müssen jedoch mindestens enthalten. Kopie des Berufsausbildungsvertrages, Kopie des letzten Berufsschulzeugnisses, Ausbildungsnachweise bzw. Berichtshefte, Bescheinigung über die Teilnahme an weiteren Maßnahmen über- und außerbetrieblich. Der Betrieb ist grundsätzlich verpflichtet, den Auszubildenden auf eine Prüfung vorzubereiten. Er entscheidet nach eigenem Ermessen. Die schriftlichen IHK-Zwischen- und Abschlussprüfungen sind bundesweit einheitlich. Sie werden gleichzeitig und mit für den jeweiligen Beruf identischen Aufgabensätzen durchgeführt. Die Aufgaben werden arbeitsteilig bei drei Aufgabenerstellungseinrichtungen der IHKS in einem aufwendigen Verfahren. Bei dem Drittel paritätisch mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern sowie Lehrern besetzte Fachausschüsse eine zentrale Rolle spielen erstellt. Für die kaufmännischen und kaufmännisch verwandten Ausbildungsberufe sind das die Aufgabenstelle für kaufmännische Abschluss- und Zwischenprüfungen in Nürnberg und die Zentralstelle für Prüfungsaufgaben Nordwest in Köln. Für die gewerblich-technischen Ausbildungsberufe die Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle der IHK-Region Stuttgart. Prüfungsaufgaben für das grafische Gewerbe werden vom ZFA Druckmedien in Kassel erstellt. Wesentlicher Vorteil der einzigartigen zentralen IHK-Prüfungen ist, dass alle Auszubildenden eines Berufes bundesweit mit den gleichen Aufgaben geprüft werden. Damit ist gewährleistet, dass die Prüfungen objektiv sind und die jeweiligen Prüfungsergebnisse bundesweit vergleichbar sind. Die Durchschnittsergebnisse nach IHK-Bezirk, Bundesland und bundesweit können auf jeder IHK-Homepage eingesehen werden, sodass sich jeder Prüfling, aber auch jeder Ausbildungsbetrieb mit seinen Ergebnissen einordnen kann. In den Jahren 2003 bis 2007 fand ein Umbruch im Prüfungsverfahren statt. In einigen neu geordneten bzw. neuen Ausbildungsberufen wurden im Rahmen eines Modellversuches Zwischen- und Abschlussprüfung durch eine gestreckte Prüfung ersetzt. Das heißt im Detail, dass Prüfungssteil 1 bis zu 40% in das Gesamthergebnis eingeht und Prüfungssteil 2 dementsprechend 60 oder mehr Prozent der Gesamtprüfung entspricht. Mit bestandener Prüfung bekommt der ehemalige Auszubildende drei Zeugnisse. Zeugnis des Ausbildungsbetriebes, Berufsschulzeugnis, Abschlusszeugnis bzw. Gesellen- oder Facharbeiterbrief. Der Ausbildungsbetrieb ist verpflichtet, das betriebliche Zeugnis auszustellen. Wird die Abschlussprüfung nicht bestanden, kann der Auszubildende die Prüfung zweimal wiederholen. Das Ausbildungsverhältnis kann auf Verlangen des Auszubildenden bis zur nächsten Wiederholungsprüfung verlängert werden. Jedoch höchstens um ein Jahr. Probleme der dualen Ausbildung Deutschland Das Angebot an betrieblichen Ausbildungsplätzen gestaltet sich regional und von Branche zu Branche sehr unterschiedlich, so dass einerseits offene Ausbildungsplätze nicht besetzt werden können. Andererseits werden immer noch zu viele junge Menschen statt in Betrieben in schulischen und außerbetrieblichen Maßnahmen ausgebildet. Als zunehmend problematisch erweist sich die mangelnde Ausbildungsreife vieler Jugendlicher. Auch junge Menschen mit allgemeinbildendem Schulabschluss genügen oft nicht den hohen Anforderungen dualer Ausbildungsordnungen vieler drei- und dreieinhalbjähriger Berufsausbildungen. Signifikant ist in diesem Zusammenhang auch das Missverhältnis zwischen kaufmännischer Eignung und dem Berufswunsch nach einer Bürotätigkeit. Auch in der Schweiz gibt die Tatsache, dass immer mehr Jugendliche keine entsprechende Lehrstelle finden. Über alle Parteigrenzen hinweg anders zur Besorgnis. 2004 wurde dazu extra eine Konferenz der Bundesratsparteien einberufen. Das einzige Resultat dieser Konferenz war ein Aufruf an die Unternehmen vermehrt Lehrstellen zu schaffen, da man sich nicht über die zu treffenden Maßnahmen einigen konnte. Als Paradebeispiel für bizarre Auswüchse dieser Situation schrieb 2004 ein findiger Unternehmer Informatiklehrstellen in seinem neu gegründeten Lehrbetrieb aus. Dabei sollten die Lehrlinge erstmals keinen Lehrlingslohn erhalten, sondern eine Ausbildungsgebühr bezahlen. Die Empörung aller Politikkreise darüber war so groß, dass dieser Betrieb nie starten konnte. Tatsächlich ist es heute fast nicht mehr möglich, eine Lehrstelle zu erhalten, ohne einen Eignungstest zu bestehen. Meist hat es auch für jede Lehrstelle mehrere Bewerber, womit die Betriebe bequem auswählen können. Eine mögliche Ursache dieser Situation ist die Aufwertung vieler Berufslehren und den damit einhergehenden höheren Qualifikationen, die für diese Berufslehren verlangt werden. Tatsächlich sind es denn auch fast ausschließlich die weniger begabten Schüler, die keine Lehrstellen mehr finden, während viele besser Begabte zu einer Matura-Schule wechseln. Laut Berichten der Schweizer Zeitungen vom 27. Oktober 2009 wären per August 2009 noch etwa 5000 Lehrstellen unbesetzt. Jedoch fänden immer mehr Jugendliche nach Beendigung der dualen Bildung keinen Job. Etwa die Hälfte der 147.000 Jugendlichen, die letzten April vor der Ausbildungswahl standen, entschied sich für eine berufliche Grundbildung. Lösungsansätze In der Vergangenheit ist in Deutschland schon mehrfach versucht worden, die genannten Defizite durch Veränderungen am dualen System zu überwinden. Diskutiert wurden insbesondere die Auftragsausbildung und die verstaatlichten Ausbildungsgänge. Jedoch konnte dieser Ansatz nicht nachhaltig überzeugen. Bei der Auftragsausbildung stellen große Konzerne ihre Kapazitäten wie zum Beispiel ihre Lehrwerkstätten zur Verfügung und bilden über ihren Eigenbedarf hinaus aus. Allerdings ist dadurch die Übernahme der Auszubildenden in ein festes Arbeitsverhältnis nicht gesichert. Damit ist diese Variante nur sehr bedingt geeignet, die Schwächen des dualen Systems im Ergebnis zu reduzieren. Bei den verstaatlichten Ausbildungsgängen werden Jugendliche in Oberstufenkollegs und in Schulen freier Trägerschaft am dualen System vorbei qualifiziert. Diese Ausbildungsgänge bieten neben theoretischem Unterricht auch betriebliche Praktika an. Allerdings kommt hier die betriebliche Praxis oft zu kurz. So wird der Übergang der Absolventen ins Arbeitsleben erschwert. Seit 2006 wird ausgehend von einem Innovationskreis berufliche Bildung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung über eine Modularisierung der dualen Ausbildung diskutiert. Ähnlich wie bei modernen Hochschulstudiengängen soll die Ausbildung mit standardisierten Ausbildungsbausteinen gegliedert werden, die innerhalb einer Berufsgruppe kombinierbar sind und die die Anrechnung von Teilleistungen möglich machen. Anders als bei gestuften Modellen, die anerkannte Abschlüsse bescheinigen, würden Ausbildungsbausteine für sich zertifiziert. Eine Berufsabschlussprüfung bliebe aber bestehen. Vom Bundesinstitut für Berufsbildung sind bis Ende 2007 Ausbildungsbausteine für 14 Berufe entwickelt worden. Befürworter erwarten durch eine Modularisierung der dualen Ausbildung eine bessere Flexibilität und Durchlässigkeit vom Übergangssystem aus. Kritiker befürchten eine Absenkung des Qualitätsniveaus der Ausbildung. Siehe auch Berufsbildungsgesetz Berufsbildungsgesetz Duales Studium Berufsbildungsgesetz 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 Berufsbildungsgesetz